Der Pont du Gard trägt die Wasserleitung, die von den Römern gebaut worden ist. Überraschend ist die große Durchflussmenge des Wassers, also die Wasserrinne, die damals die Flüssigkeit in die Stadt getragen hat. Es kann ein erwachsener Mensch darin stehen und man muss sich das Maß etwa vorstellen, 50 breit, etwa 1,70 Meter hoch.